Sänger Rod Stewart zeigt sich mit sieben seiner insgesamt acht Kinder im Urlaub, die Großfamilie ist nur selten gemeinsam zu sehen. Familie Stewart macht derzeit Urlaub in Italien. Ruth Stewart, 77, Ehefrau, Model Penny Lancaster, 51, hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto geteilt, das Seltenheitswert besitzt. Zu sehen ist die 51-Jährige an der Seite des Sängers und sieben seiner insgesamt acht Kinder. Die Großfamilie posiert strahlend vor einer Yacht. Der Stewart-Clan kommt zusammen, kommentierte Lancaster den Schnappschuss. Laut Medienberichten war die Familie in Portofino unterwegs. Mit sieben Kindern in Italien in der Mitte des Familienbildes steht Rod Stewart, der ein schwarz-weiß kariertes Hemd sowie eine hellblaue Seidenhose mit Mustern trägt. Links von ihm posieren die Söhne Alistair, 16, und Sean, 41, sowie Tochter Kimberly, 42. Rechts ist seine Frau Penny Lancaster zu sehen, gefolgt von seinen Töchtern Ruby, 35, und Renée, 30, Sohn Liam, 27, hält im Hintergrund noch zwei Peace-Zeichen in die Kamera. Stuarts jüngster Sohn Aiden, G., 2011, hat sich vorne in einem braun-blau gestreiften Polo-Shot positioniert. Rod Stewart und Penny Lancaster sind seit 2007 verheiratet. Gemeinsam haben sie die Söhne Alistair und Aiden. Mit Model Rachel Hunter, 52, war Stuart von 1990 bis 2006 verheiratet, sie bekamen Tochter Renée und Sohn Liam. Aus seiner ersten Ehe, 1979 bis 1984, mit Alana Stewart, 77, stammen Tochter Kimberly und Sohn Sean. Außerdem ist er der Vater von US-Model Ruby Stewart. Sie stammt aus einer Beziehung mit Kelly Emberg, 63. Sarah Streeter, 58, bekam er mit Susanne Boffey. 的 Die